Prüsterchen. Nein, Herr Erwitz, wir sind doch vom Dienst und Sie wissen doch, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Prost, habe ich gesagt. So viel? Ja, Herr Erwitz, Reganlüpfen ist rot, aber zumindest wir nicht einzig im den experiencesnden massen. So ein blöderer, Minister Luci, zuanken, und jetzt ja schon. Vielen Dank.